Sibylle Bammer gegen Tom Musto wird es ein wenig später heißen. Heute in der Wiener Stadthalle ein wirklicher Knaller. Sibylle Bammer gegen Stefan Kubek. Wie ist die Herausforderung jetzt gegen eine Frau zu spielen? Ich habe mit der Sibylle schon ein paar Mal trainiert und Welle geschlagen und das ist immer lustig und ein nettes Training. Jetzt wird ein viel älterer Kollege. Du hast zwar heute den Bart auch wieder stehen lassen, aber ein wirklich älterer Kollege. Zehn Jahre nicht mehr im Profitennis, Tom Musto gegen Sibylle antreten. Da geht es dann um 100.000 Dollar. Wie schätzt du dessen Chancen ein? Es ist ein Geschlechterkampf, muss man sagen. Insofern glaube ich natürlich, dass der Mann gewinnen wird. Aber ich weiß jetzt nicht, wie der Tom drauf ist, ob er im Training ist oder ob er ein bisschen das Leben genossen hat. Aber nichtsdestotrotz ist er auch Fighter. Stefan hat gesagt, beim Geschlechterkampf hat normalerweise die Frau keine Chance. Du siehst das natürlich etwas anders, oder? Ja natürlich ist da ein großer Unterschied Mann gegen Frau. Ich stelle mir gerne der Herausforderung und ich kann jetzt mit dem Stefan trainieren und mich schon ein bisschen drauf einstellen. Wir wollen ja, dass Tom Musto leidet und richtig schwitzen wird. Das wird auf jeden Fall, weil du willst ihn hin und her jagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich werde fighten, kämpfen wie ein Löwe und voll ins Schwitzen bringen. Also nach dem, was ich hier sehe, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich der Tom Musto schlagen wird. Sibylle Bammer wirkt sehr kämpferisch, ehrgeizig, durchtrainiert und die wird, wie sie gesagt hat, wie eine Löwin kämpfen und beißen. Auf das freuen wir uns. Ende November, wenn es soweit ist, in Salzburg beim großen Duell Sibylle Bammer gegen Tom Musto. Wir cämen Jeans Duell Sibylle. Untertitelung des ZDF, 2020